Und wir haben noch ein Geburtstagskind. Laura! Wir möchten dir mal ganz schön gedankenlos werden für Laura. Alle! Ich sag mal, es ist in Ruhe, oder? Ja, wir wollen es auch ganz schön. Laura? Ich denke, man solltet zumindest bevor wir jetzt auf drei weiterkommen, kurz einmal für Laura gemacht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte dich nur auf den Platz. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Laura! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you!